Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege Wir müssen heute eben ein bisschen leise sein, weil... Weil das eben halt ja wie gesagt Weil es eben halt abends ist und meine Eltern schon lange schlafen Und ja, allgemein meine Familie eben halt schon mal schläft Da sollte man eben halt eher ruhiger sein, muss ich auch bin Wie gesagt, ich habe immer noch die Regen-Geräusche dabei Die gefallen mir immer noch Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren Unlimited durchsuchen, ja wir bewegen uns gleich Eure Drohne hat eine Bombe gefunden Drohne hat eine Bombe lokalisiert Einsatz in 10 Sekunden 5 Sekunden Entschärfer ist jetzt gesichert Bombe gefunden Gelangt zu ihrer Position und entscharft sie Ziele entdeckt Ziele entdeckt, Präsidenten-Glo Oh, ich habe schon wieder Oh, ich habe schon wieder Geräte werden ausgeschaltet Das ist das Findet mich an die 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 Drohne ist aktiv. 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 Die Drohne ist aktiv.